Willkommen zurück hier bei Let's Play Life is Strange 2. In der letzten Folge waren wir hier im Lager unterwegs. Und ja, jetzt schauen wir uns hier einfach mal kurz um. Genau. Schauen wir uns auch mal an. I don't understand. Why? How do you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. You mean bugs? I haven't seen many flying bugs. Not in the winter at least. Shine. Shine. Narcs, stealth drones, all that shit. Wake up, boy. Look up. You saw them? When? How? Because Vision and Shine, they watching us now. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. So, then, where's your next pit stop? We want to see all the cowboys in Austin. But we spent too much money so far. Traveling is expensive. Depends how you trap. I mean, look at us. Kush-Gig. But not when they legalized that shit. Then you can work legal on the farm. Right? Not if the government steps in. Then the pigs. Pill pushers. All bad. Hmm. Naja, ich glaub, diese Aussage ist relativ unnötig. Und die beiden anderen Aussagen machen für mich irgendwie wenig Sinn, wenn ich ehrlich bin. Aber nehmen wir mal das. Das heißt, Meryl und all diese Green Rush-Thugs sind Toast. Ich höre dir. Oh. Ähm. Hat jemand Daniel gesehen? Ich habe ihn nicht heute Morgen gesehen. Ich sah ihn mit Finn. Sie sind nach dem Lack. Danke, Ingrid. Ich würde besser sehen, was er da ist. Sag ihm, dass er nicht schwimmen ist. Das Lack ist toxisch, Mann. Nass. Okay. Alles klar. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ähm. Ich glaube, du hast etwas vergessen, Sean. Du wirst noch mehr Kaffee machen, oder? Ähm. Wir sind so glücklich, dass diese Leute uns in die. Oh. Sorry. Weil wir... Mein Schmerz. Ja. Nicht dein Kaffee, Mann. Wir haben immer. Always. Woher sind wir wieder? Sweden. Malmö. Du hättest nicht über das. Okay. Wir hätten jetzt anscheinend auch einfach abhauen können. Ja. Ich habe seit drei Jahren in einer Kaffee-Shop gearbeitet, um den Reisen zu bezahlen. Aber irgendwie will ich dieses... Dieses Gespräch weiter verfolgen. Ja. Gute Zeiten. Aber da kommt jetzt nicht mehr so viel. Wir könnten uns noch die alte Plane angucken. Diese Leute wissen sicher, wie wir aus dem Weg leben. Sie haben mir schon so viel gelernt. Du hast uns mit uns, oder? Du hast die reale Scheiße gesehen. Wahrscheinlich. Ich will dich auch, Penny. Na gut. Das Gespräch ist gerade nicht so interessant. Die reden nur darüber, wo sie herkommen. Und... Hm. Das war jetzt nicht so krass interessant. Das war jetzt nicht so krass. Das war jetzt nicht so krass. Das war jetzt so krass. Das war jetzt nicht 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 so krass. Das war jetzt 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 so krass. Und maximale Wurfpräzision. Okay. Das war schon krass. Boah, was ist das denn für ein Troll einfach, ey? Oh damn, das war komplett. Das war komplett daneben. Um... Um... You think that shit is funny? What shit? Stop acting stupid. You're pushing it, Daniel. You made me miss, in front of Finn. What if he finds out, huh? What then? I'm not stupid. He won't find out. You don't know that. You're gonna get busted, Inano. You need to listen to me. Stop calling me that! I'm not a kid anymore! Daniel, don't... Why? See? Stop, Daniel. Now! Or what? I said stop, Daniel! We stopped training since we got here. You'd rather hang out with your new friends. Well, because we need to fit in if we want to keep that job, okay? But you're right. Let's, um, do some training later today. Cool? Yeah. Let's go by the lake again. But, Sean, how long are we gonna stay here? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Portolos. Remember? It's gonna take forever. It's gonna take forever. You should try and find mom, since we have her letter now. We already had this conversation. Sorry, Daniel, but we can't. We don't even know where Karen really is. And we can't risk getting caught while looking for her. She's one of the reasons we're out here. That's why we're going down to Mexico. How come I never did the choose? I'm the one with the power. I hear you. It's not fair. But you're my brother. And my responsibility. I have to take care of you. I know. But I'm not gonna be a kid forever. Finn treats me like an adult. He understands. Uh-oh. Big Joe. Nach der Uhr fragen oder nicht sagen? Hmm. Naja, nach der Uhr müssen wir eigentlich nicht fragen, oder? Warum sollten wir auch? Oder doch? Ich würde eigentlich eher sagen, nein, aber... Es wäre halt schon praktisch, wenn er die Uhr irgendwann dabei hat. Das kann halt Konsequenzen bedeuten irgendwann, wenn wir dann auf die Uhr gucken müssen. Und, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt gerade doch ein bisschen dafür, danach zu fragen. Aber dann fühlt er sich bestimmt schon wieder getriggert. Aber das ist... Ach. Es ist mir für den Moment, ehrlich gesagt, auch ein bisschen egal. Hm. Komm, fuck it. Ja, genau. Hm. Hey, Daniel. Daniel, remember what I said. Low-profile. Yeah. Okay, we're cool. I don't like working on a farm. I know. It could be way worse. We're making cash, Inano. Okay, okay. Wish we could check on Chris. Just see if he's okay. We will, Daniel, when we're safe and far away. I know. I had fun playing hiding spot. Especially in the dark. You weren't scared at all? Come on. Not with Finn. We had the best hiding spot. Ich weiß nicht. Ich würde gerne erstmal noch kurz die Richtung auschecken. Das machen wir auch mal eben. Also, das Werfen, das ging ja echt komplett daneben. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist das Problem. Aber okay. Das checken wir mal aus. Ich frage mich immer noch, ob ich das zensieren muss, was in letzter Folge zu sehen war. Das werden wir... Ja, die muss ich ja gleich noch nachgehen. Ansonsten. Rip. Ich hoffe, es haben schon Leute bis hierhin aufgenommen. Aber ich denke schon. Ich bin ja auch zum Glück ein bisschen später dran. Also, geht es hier zu diesem Big Joe? Anscheinend schon. Ich habe nur keine Ahnung, wer das ist. Also, äh... Ja. Wie weit müssen wir hier denn jetzt laufen? Die chillen da schon alle auf dem Truck. Ja. 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 Wirkt ja schon ein bisschen so. Wirkt ja schon ein bisschen so. Wirkt ja schon ein bisschen so. Wirkt man nicht. Wirkt man sich spät ohne Bruder anrufen. Wirkt man dir das auch. Es gibt keinen Wink! Wirkt mal nach, wirkt ja. Wirkann, dass wir zusammenleben. Wirken... Wirken. Wirken. Ja. Wirken. Wirken. Ihr hört mich nicht nur am Hörbar. Ich bin auch ein Party. Oh, shit. Too much sex, guys. Präz, too much sex. Shut up. Two Fies in a pod, these ones. I'll show you the battle score. Oh, he was so high last night. He's Sean jealous. Cool. No way. He's a big boy, you know. How did you get out of this way? Smart. Dad, if you get too clingy, people run away. I don't know what I'm talking about. Hey, who's the knife master here? I'm best. Did you lock the tent? So. How do you feel? Who knew this little tree market snowflake would end up here? With us misfits. Oh, great. Just hope I won't turn into a dirty hippie if I hang around too long. You better stop talking to me then. I'm the most contagious. Please, don't hurt me. Too late. Guess I'll take the chance. Hey, I'm gonna shut the fuck up back there. I can't hear my music. Guess what? He was on his secret sap phone again this morning. Speaking Romanian and shit. Oh no. Here it comes. He's aging 420. And he has a license to cook. Um, what's that? Told you a thousand times. Big Joe is a clone. They come from a factory in Silicon Valley. Maybe he's just the factory reject. Merrill got a good deal on him. He doesn't look like a clone. That's why he was rejected. Fuckin' hey. Worst clone ever. Okay. Just don't be so mean. He's right there. Oh, Sean. Are you crushing on Big Joseph? Oh, that is so sweet. Sean loves Big Joe. Sean loves Big Joe. You're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him. I swear. But his ass is too big. Right on. Come on. Yep. It's kind of a mystery. Hey, pipe down back there. Enjoy the scenery for a change for fuck's sake. Come on. Shit. So tired. Yeah. Me too. Let's try to go to bed early tonight, okay? Yes. Please. And no weed. Ich würde sagen, wir machen gerade mal auf mutig und greifen ein. Äh, auch wenn wir im Notfall Sanktionen bekommen könnten, so mit Leuten umzugehen, finde ich einfach nicht cool. Ist mir egal, ob der bewaffnet ist oder nicht. Das ist respektlos. Immerhin haben wir es versucht. Das ist auch was wert. Ich denke mal, insgeheimen Wertchats sehe das auch ein bisschen. Oh, danke für die kommen. Ich bin nicht auf deinem Weg, richtig? Nein, nein, wir sind sorry, wir, 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 wir. Wenn du nicht verabschiedet hast, dann wirst du nicht verabschiedet. Listen up, ich brauche zwei Teams heute. Finn, Penny, Anders. Und was ihr Name wird die Messer von der Sturm verabschieden. Die resten, die wir sitzen und trinken. Wie ich will, und zu holen, ein paar Sachen auf dem Camp. Hey, willst du auf die Plätze? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Yeah! I get to go outside! Hey! You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work in the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man. Stop fucking around and get in your teams, alright? Hold up. You and me are gonna talk. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah. No ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Na komm, wir fragen einfach mal dumm nach. What kind of shit? Jesus, what is this, an interrogation? Oh, no. I'm sorry. Okay, time's up. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. Alright. Uh, thank you. Hey. You okay? Now for the fun part. I need this all done by tonight. No excuses. So, get on it. Alright, we good? Eh, Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay. I gotta make some calls. Well? What are you waiting for? You know the drill. What? Dude. This sucks ass. I feel like I'm in prison. Shh. Meryl almost kicked us out because you're a big mouth. What part of Lalo don't you get? You shouldn't even be here. Sure. I bet you wish I wasn't here. Oh, stop. I can tell. You know exactly what I meant. I feel you, Daniel. Sometimes I get stir crazy in here too. Look, I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. So shut your mouth and give me some quiet for fuck's sake, okay? Well, why do you stick around then? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. Okay. Wir setzen an der Stelle aber einen Cut. Right, man. Just pick a butt and get to it. Genau. Wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, wie es hier so auf dieser komischen Farm läuft. Bis dahin. Wir sehen uns auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020